Spiel, Spannung und Schokolade, das kennt ihr von diesen Eiern hier, Überraschungseier. Ja, Toymaster ist so ein Spiel, nur leider ohne Schokolade, aber Spiel und Spannung ist drin. Und das Ding habe ich mir gekauft für 9,99 Euro aus dem App Lab, weil ich es sehr interessant fand vom Trailer. Es ist leider Early Access, das musste ich dann auch während der Aufnahme leider feststellen. Ja, aber ob es trotzdem sich schon lohnt für 9,99 Euro und ob daraus was werden kann. All das habe ich mir natürlich jetzt angeschaut und ich würde sagen, Video ab! Ja, ich bin in Toymaster, das Ding ist noch Early Access und ich habe das wegen dem Trailer gekauft, weil das irgendwie relativ cool aussah. So Überraschungseier, gucken was da drin ist und so. Dann kann ich hier die Figuren nachher verändern, hier habe ich Werkzeuge und das ist so vom ersten Eindruck okay. Ich bin hier in so einem Raum, mit so einer Comic-Grafik, hier und da, so ein bisschen unruhig die Kanten von den Büchern, aber ansonsten sieht das schon sehr, sehr stimmig aus. So, ich kann mich drehen hier mit dem Thumb. Ja, Snap-Turn, Menü haben wir nicht. Okay, jetzt habe ich hier irgendwas, Höhe verändert oder so. Wenn ich das Menü drücke, guck mal. Achso, dann zentriere ich neu, okay. So, die Höhe kann ich hier nicht ändern vom Tisch, das funktioniert nicht. Ja, ansonsten wird mir hier nichts erklärt und dann würde ich sagen, nehme ich einfach mal so ein Ei und gucke hier, was passiert. Okay, guck mal. Oh, ist das geil, guck mal. Oh, yeah. Erstmal auspacken hier, ne. Spannung, Spaß und keine Schokolade. Ja, und jetzt? Muss ich das jetzt kaputt kloppen oder was hier mit dem Hammer bestimmen, ne, guck mal. Tatsächlich. Okay. Ja, komm mal her. So, hier ist eine Figur drin, die ist schön scharf. Okay, da ist was drin, guck mal. Oh, es ist runtergefallen. Ah, es kommt wieder hoch. Das brauchen die Männer, ne. Okay. Ist das ein Superman oder was? Guck mal, das ist wie, wie, ähm, Überraschungsei, ne. Zack. Okay. Und ein Kopf. Der hat aber keine Augen. Ach, das muss ich jetzt, glaube ich, selber machen, ne, mit den Augen. Okay, ach, das muss jetzt da drauf. Ach, guck mal, ich kann mich sogar bewegen hier mit dem Zamp. Okay. So. Ey, die hat ja gar keine Augen gekriegt. Komm mal wieder her. Hallo? Kriegt die wieder hin? Hallo? Der ist weg. Gib mir den wieder. Das geht nicht. Ich kann zwar hier hinlaufen, aber ich kann mir den nicht wiederholen. Oh, was ist das? Muss ich den irgendwie mit fangen, oder was? Ne. Okay, hier wird nicht so wirklich ganz viel erklärt, ne? Okay, Pfann. Ach, guck mal, hier kommen so Aufkleber raus. Dann kann ich das da dran kleben an die Figur. Geht das immer noch? Ne. Okay, also sobald man sie da draufstellt, sind sie im Regal. Jetzt habe ich Mist gemacht, ne? Och, schade. Mhm. Was geht denn noch? Das ist eine, guck mal, so eine Zunge hier. Augen. Okay, das war's, ne? Ja, komm, dann nehmen wir die nächsten hier. So, wieder abpällen hier. Schön. So. Kann man das auch mit was anderen kaputt machen? Ach, tatsächlich. Hier, guck mal. So. Da ist auch was drin. Okay. Auch eine Figur. So, wir haben ja jetzt gelernt, nicht da draufstellen. Aber guck mal, der sieht ein bisschen aus wie Iron Man, ne? Okay. So, jetzt müssen wir dem aber Augen geben. Ja, komm. Was sieht denn da ganz cool aus hier? Das ist doch viel zu groß hier. Guck mal. Den muss man aber andersrum dann machen, ne? Guck mal. Ne. Man hat ja hier das gleiche Auge. Einen Mund braucht der auch noch. Komm, jeder kriegt das hier. Guck mal, das sieht man hier so vorher, ne? Okay. Weißt du, wenn ich das wieder abmachen will? Geht das gar nicht? Aber ich kann den Kopf wieder abreißen hier. Okay. So, gib mal noch ein anderes Auge her. So. Und? Sieht geil aus, oder? So, Fun können wir auch noch machen. Komm, der kriegt hier noch so eine Fliege. Zack. Fertig. Okay. Okay. So, komm. So. Ist auch ein Hero. Guck mal, sieht doch geil aus, was ich da gebaut habe, ne? So, was ist denn, wenn ich die alle hier weg habe? Kann ich auch zwei kombinieren? Komm, wir gucken das mal, ob das geht. Ey. Kann man die auch jetzt schon kaputt kloppen, oder muss ich die alle abpillen? Ja, muss ich gar nicht abpillen. Ach, guck mal, dann geht das nicht so richtig, ne? Wenn man die noch halb abgepellt hat. So. Blup. So. Jetzt sind wir direkt mal in den Zweiten und gucken, was passiert. Vielleicht kann man die ja kombinieren hier, ne? Ey, shame. So, jetzt gucke ich mal, ob ich das hier kombinieren kann. Also wir haben jetzt hier, ach, das wollte ich doch noch gar nicht. Noch ein Iron Man. Also wir haben hier irgendwie nur Heroes, ne? Ne, das geht nicht. Also ihr müsst dann schon die passenden kombinieren, sonst funktioniert es nicht. Okay. So. Ja, wo soll man denen denn Augen geben? Hier, guck mal, das ist ja Blödsinn, ne? Ja, aber der kriegt hier so ein Flash-Zeichen. Guck mal hier, so ein Flash-Zeichen. Da, das ist doch cool, oder? So. Braucht der noch einen Mund? Aber den kann man doch hier so, komm, den nehmen wir so Vampire-Zeichen. Ne, das wollte ich nicht. Das, hallo? Das müssen wir erst rausnehmen, okay? So, guck mal, der kriegt jetzt so Vampire-Zeichen hier. Aber das passt aber nicht, ne? Ach, guck mal, wenn ich das weiter wegziehe, dann wird das auch so klein. Okay, ihr müsst das dann weiter wegziehen. So, der mit dem Vampire-Zeichen. Also, ich gehe mal davon aus, wenn ich jetzt die ganzen Heroes habe... Ach, da kommen neue, guck mal. Sehr geil, ne? Aber das wird hier nicht auseinandergepellt. Was ist denn? Hä? Oh, guck mal, das muss ich hier abschneiden. Das ist schon cool gemacht, ne? Okay. Und da ist eine Schatztruhe drin, guck mal. Spielspannung und Schokolade. Da ist ein Zauberer drin. Hallo? So, könnt ihr einfach so dranhalten, dann funktioniert das schon. So, und denen geben wir jetzt mal kleine Augen hier. Komm, wir gucken, wir prüren das jetzt mal aus hier. Dann gibt dem diese Augen. So, jetzt müsst ihr das wirklich sehr schön weit weghalten. Das ist aber ein bisschen zuppelig. Ja, hat so ungefähr funktioniert, ne? Ah ja, schielt ein bisschen, aber ansonsten... So, ich baue die jetzt mal alle eben schnell hier zusammen. Komm, wir gucken, was da alle drin ist hier in dem Spiel. Fertig, komm. Du kriegst keine Augen, du bist blind man. So, komm, jetzt prüren wir nochmal eben hier. Aber irgendwie ist das spannend, ne? Man möchte mal wissen, was kommt als nächstes. Guck mal, die Unordnung, die ich hier wieder gemacht habe, ne? Das geht nicht kaputt. Was habe ich gemacht? Okay, was ist das denn hier für einer? Okay, der hat ja gar kein Gesicht. Dem muss ich natürlich Augen geben. Hier, komm. Sieht so ein bisschen aus wie Toa, ne? Komm, du kriegst Augen. Was nehmen wir denn da? Komm, hier, das sieht gut aus. So, dann müssen wir... Kann man das denn jetzt hier auch spiegelverkehrt machen? Kann man. So, guck mal. Ne, der ist ein Superheld. Da hat jeder Respekt vor. Und hier, weil das ist Mr... Wo kriegt ihr noch so ein Tattoo hier? Zack. So, und die müssen wir jetzt wieder so komisch abpillen. Wo ist denn mein Messer hier? Das ist doch geil, oder? Das finde ich cool gemacht hier. Es vibriert sogar ganz leicht. Wir schälen das Ei. Okay. Zack. Da steht auch ein Mages. Guck mal, was da alles noch kommt hier an, Nauen. So viele Figuren hat das Spiel? Das ist aber eine Menge, ne? So, komm. Wo ist der Kopf? Der ist hier drin geblieben. Guck mal. Der braucht aber auch Augen, ne? Sonst funktioniert er dir nicht. Ähm. Und wir nehmen mal das hier. Ne, das wollte ich doch gar nicht. So. Zack. Das müsste man jetzt aber so Spiegel... Achso, müsste ich den... Guck mal, ich leg das jetzt mal so hin. Ne, der nimmt das immer wieder richtig rum, ne? Das ist egal, komm. So, sieht schick aus. Ach, guck mal, die sind schon wieder neu. Was ist das denn? Das müsste einfach kaputt kloppen hier. Da ist eine Geschenkbox drin. Aber das sind Tiere. Guck mal. Ich finde das lustig, ey. Das ist was für Kinder, ne? So, der kriegt hier lustige Knubbelaugen. Da passt das. Sieht doch gut aus. Gib mal noch so einen hier. Da gibt es aber nur drei von, ne? Wo sind denn jetzt die Tiere? Ach, Christmas ist das. Ach, deswegen auch das Geschenk, ne? Was ist das denn? Das ist so ein Schneemann. Hallo, gib mal her das Geschenk hier. Ach, das ist ein Wichtelmann oder so, ne? Ja. Ja. So. Ich packe die jetzt alle aus hier, Leute. So, aber keine Gesichter mehr. Und ich will ja mal wissen, was als nächstes kommt. So, ich klopp hier alles kaputt. So. Komm. Scheide, dass keine Schokolade dabei ist. Nehmen wir mal das Kind. Ach, das ist ein Lebkuchenmann hier. Guck mal. Wie geil. So, der Lebkuchenmann ist da. So, der kriegt, der muss, der muss hier was kriegen. Guck mal, der kriegt hier so eine, so eine Stange drauf. So eine Hand geben kann man ihm das nicht, aber hier, komm. So, du brauchst aber hier, äh, äh, komm. Du brauchst aber hier auch ein, so. Guck mal, der lässt die Zunge raushängen, hier, der arme Kerl. Ähm. Dann nehmen wir das. Ja, der ist mir doch sehr gut gelungen hier, oder nicht? Schaut mal, der Lebkuchenmann. Zack. Ich hab den falsch rum beklebt. Ach, jetzt guckt der immer gegen den, dann guckt der auch immer meine Sammlung hier an. Sehr schön. Ach, guck mal, wir haben Kürbis. Jetzt kommt noch Halloween. Oh. Guck mal, das ist so ein T-Boy, so ein Hexenpot, ne? Ach, den muss ich kaputt kloppen. Geht nicht. Hallo? Ich krieg den kaputt. Ich krieg den nicht kaputt. Ich hatte da noch andere Zeugchen, ne? Guck mal. Oh, guck mal, da kommt irgendwas raus hier. Was hab ich gemacht? Okay, also ihr seht, es variiert sogar, wie man das hier aufmachen muss, ne? Guck mal, ein Sensemann. Geil. Also, von den Figuren finde ich das echt toll, wie das hier so variiert. Yeah. Das ist der Sensemann. Na, mein Nächster. Brauch ich da auch wieder dieses Ding hier? Guck mal. Der verändert dann immer seine... Das ist ja geil gemacht. Oh. Das ist runter. Oh, das fällt auch gar nicht. Das geht automatisch wieder nach oben. Da ist eine Fledermaus, ne? Guck mal hier. Fledermaus. So, müsste er natürlich eigentlich auch noch ein Gesicht geben. Wir wissen, was als nächstes kommt. Also. Oh, Minecraft. So, wir machen jetzt so. Es geht ein Auge an. Zwei Augen. Dann geht's komplett an. Und dann fliegt's auseinander. So, und hier kommt wieder die Soße raus jetzt. Komm, wie tut man das Werkzeug hier weg, wie das hier hingehört, ey? So. Ne Mumie. Aha. Darf natürlich nicht fehlen bei Horror, ne? Hier, guck. Was ist das? Halloween? Ja, tatsächlich. Was haben wir hier? Boah, Leute. Guck mal, was da noch alle kommt hier. Habt ihr aber richtig was zu tun? Oh. Guck mal. Das fliegt hier auseinander wie bei Minecraft. Also, da möchte man jetzt, also ich würde jetzt gerne echt alle durchzocken, um zu gucken, dass da alle kommen. TNT. Wie mache ich das kaputt? Weiß ich nicht. Krieg ich's nicht kaputt. Was muss ich denn jetzt hier machen? Oh, ich komme nicht weiter. Hallo, muss ich das durch die Gegend werfen? Jetzt liegt es da. Hallo. Was machen wir jetzt damit? Gibt's hier noch irgendwas? Habe ich irgendwas übersehen? Hier ist TNT. Braucht man das hier noch irgendwie oder was? Ne. Das verschwindet doch nicht. Bring hier auf. Ziehen kann ich's auch nicht. Ah doch. Guck mal. So, Minecraft-Figuren. Ich kann gar nicht mehr aufhören. Das ist so ein simples Ding. Zack. So, jetzt probieren wir das hier nochmal mit Minecraft-Figuren. Ach, das geht ja nicht. Da muss sich hier das hin, ne? Also, man hat sich auf jeden Fall was einfallen lassen, ne? Um das Ganze zu variieren. So, jetzt wissen wir, wie's geht. So. Hier ist der Minecraft. Steht da? Ablox steht dann da, okay. Jetzt kommen wieder Schneekugeln. Ach, das hatten wir alles schon. Oh, jetzt muss ich hier aber ein bisschen Gas geben, ne? Ah, jam, 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 jam. Oh. So, Pia. Uh. Blöcke. Das geht nicht. Das geht. Zack. Zack. Fertig? Oder fehlt da was? Tu das weg hier. Was ist das denn? Ist das ein Schaf? Ein Hund? Keine Ahnung. Ja komm, dann gib mir nochmal so ein Christmas-Ding in hier. Ach nee, das müssen wir ja so. Ich klopke das Weihnachten kaputt hier. Gib her. Schneemann. Schneemann. Zack, zack. Da. Alle meine Figuren ohne Gesichter. Was ich echt ein bisschen blöd finde, dass ich die jetzt hier nicht mehr rausnehmen kann, um die nachträglich nochmal fertig zu machen, ne? Oder ich hab wieder irgendwas übersehen. Ich will noch was Neues. Einen neuen will ich noch. Komm. Wir wissen, was da noch kommt. Ich mach da ein Let's Play zu, ey. Immer noch nix Neues. Okay. Ja, Minecraft hatten wir doch auch schon. Was ist das? Craft Dracula oder was? Tatsächlich. Da. Alle ohne Gesichter bei mir. Dann gib mir noch so ein. Von Minecraft hier, komm. So. Okay. Gut, dass keine Schokolade dabei ist. Ich werde schon fett und rund, ey. Weil so viel Eier hier. So. Nächste Figur. Immer noch nix Neues. Oh, da kommt der Rest erst später, weil das Early Access ist, ne? Ich mach das jetzt hier alles. Oh, runtergefallen. Was ist das? Guck mal, eine Blume oder was, ne? Tatsächlich. So. Hallo? Ach, das war gar nicht fertig. Huh, es kommt wieder. So. Jetzt ist es fertig. Keine Ahnung, was es ist. Hallo? So, jetzt passt es. Da kommt nix Neues mehr. Hab ich's durch? So, guck mal. Jetzt geht auch mit dem Hammer. Jetzt hab ich's gleich durchgespielt, ey. So. Da kommt tatsächlich nix mehr. Guck mal. Okay. Ich dachte, da kommen alle Regale jetzt. Das wär cool gewesen. Das ging nicht. Jetzt will ich ja wissen, was das noch alles ist, ey. Komm, 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 komm. Keine Zeit hier. So. 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 Guck mal, ganz schnell hier. Noch ein Zauberer. Zack. Komm, 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 komm. Hier, das ist jetzt hier, äh, 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 wie heißt das hier? Ähm, quick, quick, äh, 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 ihr wisst schon, ne? Ach, scheiße, hier, wo ist mein Messer? Da. Komm, 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 komm. Hallo. So, 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 so. Hallo jetzt. Ach, nimm das doch da mal raus, ey. Ich hab doch keine Zeit hier. Ist das sperrig hier? So. Ich hoffe, das hat sich jetzt gelohnt hier, die Arbeit hier. So, guck mal, jetzt. Zack. So, letzter. Da kommt tatsächlich nix mehr raus. Ah, ich hab gedacht, die ganzen Regale mal voll. Was ist denn hier? Komm. Ich hab das Spiel schon wieder halb kaputt gemacht. Irgendwie passiert da. Das geht schlechter jetzt. Es will nicht durchgespielt werden, oder was? Speedrun, wollte ich vorhin sagen, übrigens, ne? Speedrun. Hallo. Ja, komm mal wieder. So, letzte. Letzte. So, guck mal, Hexenmädchen hier. Hexenmädchen. So, und jetzt? Hab ich's durchgespielt. Zu Ende. Also, es gibt nur die 1, 2, 3, 4, 5 Regale. Schade, ne? Guck mal, was da noch alles kommen kann, ne? Und ich dachte, das kommt jetzt alles. Was mach ich jetzt? Ich drück mal Menü. Ach ja, war ja nur dieses Zentrieren, ne? Genau. Ja, ich hab's durchgespielt. Mehr kann man leider nicht machen. Ist Early Access, ne? Kann man rausgehen? Komm mal. Ah! Guck mal. Das funktioniert sogar. Jetzt ist das aber von hinten so offen, ne? Ja, da muss noch ein bisschen was kommen. Meine Hände bleiben übrigens im Raum. Ach, dann sind sie wieder da. Guck mal, Zauberei, ne? Ja, ist für kleine Kinder, ne? Auf jeden Fall, ne? Aber ich find's witzig, ne? Weil jedes Ei sich anders öffnen lässt. Es sind verschiedene Figuren drin. Ist es okay von der Optik? Ist es kleines Geld? Ja, aber da muss natürlich jetzt noch ein bisschen was kommen, ne? Also, ihr seht, wie viele Regale hier sind. Der Entwickler hat sich einiges vorgenommen. Ja, dann gib mal Gas. Ich bin gespannt. Okay, Leute. Ich geh rüber zum Fazit. Ja, die Schokolade fehlt hier leider. Aber ansonsten ist das schon ein sehr gutes Ding, muss ich sagen. Klar, kein Triple-A-Spiel. Ja, kein Spiel, was jetzt hier stundenlang einen bei der Stange hält. Es ist mehr was für die jüngere Generation. Gar keine Frage. Aber man merkt hier, der Entwickler hat sich wirklich Gedanken gemacht. Ja, jede Eikategorie wird anders geöffnet. Das fand ich schon mal sehr, sehr cool, ne? Und dann hab ich auch erst gedacht, das Regal, das war ja so riesengroß, was man alles reinstellen kann. Aber leider war, glaube ich, nach vier oder fünf verschiedenen Kategorien Schluss. Also Early Access. Es gibt kein Menü. Ich kann sogar aus dem Raum rauslaufen. Also man merkt, das Ding ist noch voll im Bau. Kann man natürlich eine Menge, Menge draus machen. Auch wenn es im Grunde immer nur Eier öffnen ist. Die Figur zusammenbauen. Und dann kann man da noch Gesichter und so weiter drauf machen, wenn man gerne möchte, ne? Ja, für 9,99 Euro derzeit ein bisschen wenig drin. Also wenn ich jetzt wüsste, der Entwickler, der bleibt wirklich am Ball. Der macht da wirklich ein großes Ding draus. Also ein großes Überraschungseier, was dann wirklich auch fertig ist. Dann wären 9,99 Euro, ja, in Ordnung. Beziehungsweise könnte man die jetzt schon in die Hand nehmen, um den Entwickler natürlich weiter zu unterstützen. Ja, das weiß ich aber leider nicht, weil ich habe es gekauft. Ich habe leider keinen Kontakt zum Entwickler. Der hat sich leider nicht gemeldet. Ich hatte angefragt, ja. Ja, und deswegen bin ich so ein bisschen, hm, wegen dem Preis, ne? Also Spaß macht es, ne? Weil es ist wirklich spannend. Was ist drin, wenn man das aufmacht, ne? Ja, aber sonst ist es eigentlich noch ein bisschen zu wenig fürs Geld. Okay, eure Meinung zu Toymaster. Ich bin sehr, sehr gespannt. Habt ihr auch noch Ideen, wie man das Ding verbessern könnte? Schreibt all das mal hier unten in die Kommentare. Ich werde es mir durchlesen und natürlich auch beantworten. Jetzt noch raus, eine Einladung für unseren Discord-Server. Joint gerne dieser tollen VR-Community. Der Link zu unserem Discord natürlich hier unten in der Videobeschreibung zu finden. Und einfach wea-discord.de eingeben. Zack, bekommt ihr eine Einladung und schon seid ihr bei uns. Wir freuen uns natürlich auf euch. So, solltet ihr euch jetzt Toymaster kaufen, dann wünsche ich euch viel, viel Spannung. Außer ihr habt mein Video schon zu Ende geschaut. Dann wisst ihr überall, was drin ist. Ja, wünsche ich euch trotzdem viel Spannung. Und dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Video natürlich wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.